Choo-choo. Ja, das sieht auch richtig gut. Hier war ein Fahrzeug versprochen. Da ist es! Herzlich willkommen zu Closed Alpha von Battlefield 5. Und mit dabei ist der Pathogen und der Breezer. Und ich merke gerade meine Fahrzeug-Empfindlichkeit, Mausempfindlichkeit ist super hoch. Macht aber jetzt nix. Wir sind leider nicht in einem Squad, doch Patho und ich sind in einem Squad. Aber keiner von uns ist Leader, denn das System ist noch ganz kaputt. Breezer ist in einem anderen Squad und man kann halt einfach irgendwie nicht wirklich zusammenspielen. Aber ich bin Schütze bei dir im... Achso! Warte, 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 es springt drauf. Ist voll. Ok. Jaja, so geht's. Spring's drauf. Sehr schön, wir fahren mal zu Delta. Me shield! Choo-choo. Ja, das sieht auch richtig gut. Boah! Oben Panzer, oben Panzer auf der, äh, auf der Brücke. Ich würde nicht überdanken bleiben, denn, äh, ist mir alles zu gefährlich. Ich würde nicht überdanken bleiben, denn, äh, ist mir alles zu gefährlich. Wir haben hier Feuer auf euch! Delta geht schon runter, obwohl wir hier mit einer ganzen Menge von Leuten sind. Ich hab ne Handgranate für Sie! Ich hab ne Handgranate für Sie! Ich lass hier jetzt aber mal da so hin. Nichts gemacht. Unten ist auch noch einer. Boah! 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 Ich wollte den Panzer nicht versprengen. Der Panzer hat den Count of us. Gegen den Panzer hat den Count of us. Ah! Ich liege im Zwischendeck. Ich war mir so sicher, dass ich den einfach mit Luck jetzt noch hole. Dass ich mir nicht die Mühe gemacht habe, zu zielen. Schade. Dabei ist gerade das Wetter mal ein bisschen besser. Kann mich noch einer holen? Sonst nehm ich jetzt den Finger aus meinem Loch im Bauch. Ja, nehm ihn raus. Das finde ich nämlich nicht. Ja, das ist irgendwo zwischen irgendwelchen Kisten. Ähm. Ich möchte nämlich nicht das SDG 44 haben. Sondern die Arma-Maschinenpistole. Die taugt mir mehr. Ich will aber auch nicht unten zu Delta. Und Delta taugt mir nicht. Da wird man immer nur gesniped. Jo. Kann ich bestätigen. In dem Moment passiert. Ja. Jetzt, ähm. Achso. Als erstes immer mal. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Obwohl man frisch gespawnt ist. Erstmal an so ne Munitionskiste. Und noch mehr Munition holen. Denn das ist ja Spielkonzept, dass man nur sehr wenig Moon hat. Pato, da ist einer bei mir hier oben. Ich hab ihn. Oh. Oh. Und der hat nämlich jetzt Munition fallen gelassen. So dass ich. Ein bisschen länger noch. Kann. Oh. Ich bin low. Ich bin von rechts an der Straße. Ja. Der ist auf der Straße. Ich hab ihn. Hab ihn ein bisschen suppressed. Geh du da links rum. Ich geh rechts rum. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Au, au, au. Oben auf der. Auf dem Hügel ist noch einer. Hat mich. Oh. Da kommen drei Stück. Einer links, einer rechts. Oh. Einer ein bisschen. Wo denn? Bei B? Oder wo? Oh. Hier fährt auch ein Panzer vorbei in Richtung Charlie ist es glaube ich. Ich guck mir den noch ein bisschen an. Und dann loot ich aber aus. Da komm ich nämlich als Panzermann. Anti-Panzermann. Oh gut. Der hat nichts mehr. Der hat noch fünf. Hab ihn. Was? Wer? Wo? Oben auf der Brücke. Wie durchgeprescht bin ich grad durch die Smoke. Ich geh bei Charlie raus. Was? Ist der Panzer noch da? Ja. Der hat sich da oben auf den Hügel verzogen. Ich zieh mich hier rauf und geh an die Puck. Sieht mich natürlich jeder hier. In der Pre-Alpha standen da unten noch zwei andere Pucks. Oh ok. Viel zu hoch. Uh 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 uh. Ja. Das lass ich lieber. Denn der weiß wo ich bin. Jetzt hier so mitten durch den Schnee zu laufen ist natürlich auch ein bisschen blöd. Wo er sich so selber so schön highlightet. Und jetzt auf sich aufmerksam zu machen ist auch ein bisschen blöd. Denn der hat halt das Gewehr 43. Das taugt viel mehr. Aber jetzt kommt er näher. Ich hole mir hier schnell noch Moon. Ich werde immer Revived. Schieß ein Tod. Wenn dann unser Team mehr gekillt. Der wird dann gekillt. Und dann werde ich Revived. So kämpfen wir uns gerade über die Brücke. Kröpft einfach nix. Dafür. Färbel die Brücke? Weil ich fliege noch auf die Brücke. Ja ich flieg da neben der Brücke. Das ist ja die Eisenbahnbrücke. Ja. Und färbel den Schneegrad roten. Große oder die Kleine? Große. Das wird jetzt durch. Die ist jetzt hier gesichert. Oh hat der einen Schwein. Immer noch eine. Wieso hält der die Waffe zu machen? Rauwitz. So jetzt schnell wieder. Positionen holen. Ich habe keinen Sound wenn das Dynamit explodiert. Oh das ist schade. Ja die Maschinenpistole ist auf Distanz natürlich nicht so gut. Nein. Hä? Wo sind wir her? Die haben mich nämlich hier immer noch nicht entdeckt. Ja gut aber irgendwen müsste ich doch jetzt auch mal treffen. Wie zum Beispiel. Oh oh. Ein Blatt. Ein Blatt. Hier war aber noch einer. Kann ich bei dir nicht spawnen. Du kannst bei mir nichts spawnen. Ja mittlerweile müsste es aber wieder gehen. Alpha wird fertig überrannt. Ja mittlerweile habe ich alles befriedet. Ja willst du mal Alpha als Ziel setzen? Ach ne du bist ja gar nicht. Dann kann ich. Leider bringt es auch nichts sich nen Befehl zu wünschen. Was? Jetzt muss ich glaube ich doch mal den Panzer hier umschauen. Nimm sie doch. Ja ich bin schon. Aber ich bin noch nicht. Ja ich wollte gerade sagen vielleicht kriege ich dich noch. Aber nein. Aber hier äh Josie sag mal der Josie äh. Soll mir mal heilen vom Jo-Jonesie. Komm Jo-Jonesie. Jawoll. Sehr gut. Jetzt kann ich wieder spawnen. Josie ist ne Freundin von dir richtig? Ne Chase. Au. Ok. Fahle. Was ähm. Gerage gerüttet. Fast. Gerage gerüttet. Was auch gerade ist da. Ach. Du treibst mir die Tränen in die Augen. Äh ok. Charlie ist down. Wollen wir. Wo seid ihr? Ihr seid. Ach Pato ist auch tot. Sollen wir von Echo Richtung Charlie? Ja komm mal. Oh. Ne warte ich bring äh die Stuka. Ach du hast mir die gerade weggesnipen. Ja ich fürchte. Ich bin Gunner. Sehr gut. Der Feuerbereich des Weir Gunners ist richtig beschissen. Ist das da? Ist da irgendwas? Ja ich weiß gerade. Der ist halt einfach nicht existent. Flieger 2 flieger zu oben auf euch. Ja. Ich flieg mal so gerade dass du da bisschen drauf schießen kannst. Die drehen beide rechts hinter euch quasi. Die drehen jetzt dann ein. Ah andersrum. Ja ok. Ich stell ihn nochmal so zurück. Ich stehe mit dir. Ich stehe mit dir. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Mach mit dir W109. Ja mach es. Nein ist fast locker. Nice. Das war gut. Ich hab Maria. Und du schießt. Ey jetzt muss ich selber schießen. Flieg weiter flieg weiter. Ich komm von vorne. Von vorne. Von hinten kommt die Flagst. Raus raus raus. Zwar noch die Flagge killt. Oh nein. Ah hier stehen sie halt mitten. Mitten vor dem Patzer gelandet. Schade. Boah. Aber das sah so geil aus wie die beiden sich hinten eingereiht haben. Ich konnte es leider nicht sehen. War zu sehr damit beschäftigt zu starben. Ja hier kommt doch schon keiner mehr. Schade. Zumindest habe ich die Flagge noch gekillt. Ähm. Aber das hat uns dann auch nicht mehr retten können. Aber äh. Punktemäßig sind wir ganz gut. Ist eigentlich. Ja Mafuyu ist auch noch da. Lob. Ja jetzt kann ich noch hier bisschen in den Gegenden zuschauen. Ich will doch gar nicht mehr revived werden. Mach mal weg da. Ja die deutschen Flugzeuge sind den englischen leider total unterlegen. Ich merk es gerade. Das ist ja lächerlich. Das ist richtig kaputt. Also du denkst du fliegst einen Standardcontainer. Ja. Ja sogar der Bomber ist wendiger als die Stuckas. Ja aber auch als die Bf 109. Also als die Messer sind wir. Das ist. Ich habe mich gerade gedreht und dachte der bin ich so schlecht. Aber der hat den Kaiser um mich umgeflogen im wahrsten Sinne. Ja das ist ganz merkwürdig. Nein. Immer mach ich es falsch. Ja ja. Rück dich. Alles ist gut. Ja. Dich nehme ich auch noch mit. Wo du deine komische Sadomaso Maske anhast. Du hast leider Sascha Kray. Brauch hier auch noch mal ein bisschen ein. Einfach mal in den Nebel geschossen. Headshot. So blub ich mir das. Dinge explodieren. Ah da muss doch irgendwo einer in diesem Baum sein. Aber ich sehe nichts. Ja da wo mal die Flak war. Ja. Ja. Ich bin ja. Ja. Ich biege hier auf der Brücke und lau raus. Falls ja gar niemand von euch in der Nähe ist. Uh. Ich bin tot. Ich bin bei Alpha. Ich bin ja auch gerade umkämpft. Ja ich bin bei der Spawn aber es geht nicht. Ja ich versuche mal ein bisschen liegen zu bleiben. Jetzt kommt aber auch noch ein Panzer vorbei. Jetzt geht es. Alpha? Ist der Panzer? Nein. Nein. Der ist einfach hier von Deck. Der kommt. Ja ja ja. Ich habe auch einen Hit. Von links. Von links kommt Bär. Kannst du mich. Kannst du mich noch holen? Warte. Ich bin liegt an der Flagge direkt. Ist doch blöd dass das auch so lange dauert bis man sichtbar ist als verletzt. Geil. Verdrohen Gurte. Bist du. Bist du MG Schütze? Ne ich bin eigentlich ähm. Das ist halt A. Ich seh A gar nicht als Flagge. Ja das ist kaputt. Manchmal verschwinden die Flaggen einfach. Das ist gut wenn man die Map noch nicht kennt. Ja. So ich sitz jetzt bei Alpha im Häuschen. Kann auf Bravo gucken. Kann auf Delta gucken. Ja. Dreh den mal nach links. Äh. Höh. Gott was war das? Da äh wackelt das Bild auch äh relativ krass. Ich geh mal hier an so ein Maschinengewehr. Wo sind denn die Flieger? Ja jetzt kommen sie wieder nicht. Die Flieger wenn wir so drauf. Hans bring diese Luftwaffels. Nein. Hört einer. Was ist das denn? Was tut das denn da? Das ist nackwürdig. Ja ich hab das Gefühl wenn man in statischen Waffen ist dann ruckert das ein bisschen. Ja. Ja ja. Ja ja. Dreht so. So die gehen jetzt. Uns gerade auf. Oh. Ich hab nicht mehr. Wo äh wollen wir denn hin? Charlie. Ich will den gerade Charlie. Dass wir dir helfen. Leute holen. Ach nein. Ja ja. Krieg's ja. Ach das ja auch immer diese Verzögerung ist wenn man jemanden wiederbelebt hat. So ne dumme Sekunde inne hält. Das müssen wir erstmal auch noch mal zu Delta runter im Moon holen. Aber bei der Gelegenheit Delta einnehmen. Delta ja. Ja. Kann ich machen. Ich lebe mich mal hier ein. So wie keiner sieht wenn ich hier beim Feind Munition klaue. Oh. Einer ist rausgesprungen. Das ist ein Flugzeug bei Delta. Nein. Wo seid ihr jetzt? Delta? Nein. Genau in dem Moment. Äh Delta unten runter ja. Ist der dauernd? Oh nein. Was? Ich hab mir runtergefallen. Ich hab Medikamente für dich. Dr. Ich hab Medikamente für dich. Ja. Wollen wir nochmal zurück auf die Brücke? Also noch zurück Richtung Bravo? Ne. Ja beim Bravo. Ich geh unten lang. Ja. Ich geh im Zweifel immer oben lang. raus mit euch ihr kugeln fangt mir einen feind oben liegen zwei tote ich komme hier gerade über die leiter hier haben wir doch auf der sturm kommen wir hier gerade ja jetzt kommen die flugzeuge wo zieht es sich hin alfa wobei wir sind gerade so voll im eigenen team ich würde eher zu charlie deck skippen ich sehe keine klacken charlie ist im dorf da wo die gern meister sind ja aber da laufen wir quasi an alfa vorbei ich seh dich es rennen gerade genug Leute von uns zu euren ich laufe aber gerade eh weil ich eh hier bin also laufe ich immer ich verwechsel mich dann wenn ich kann wir verlieren gerade charlie was ist hier halt hier deine gedärme drin ja ich konnte mich daran erinnern welche taste es ist ich gehe jetzt mal in die flugze das ist übrigens auch mörderisch gegen infanterie ja dieser blenheim bomber der hält halt auch alles aus ich habe den jetzt zehnmal voll getroffen mit der flakke und der geht halt einfach nicht kaputt ich dachte erst ich habe wieder den bug dass das ein freundlicher ist und den ich sehe wo steht denn hier noch eine flak rum ach eigentlich immer noch bei alfa oh alfa geht auch da um runden bei delta ja das ist jetzt natürlich riskant sich an den flak zu setzen wenn die mal infanterie sind wo seid ihr alfa oha da bist du aber mitten im leben ja oh ich dachte ich krieg ihn da bin ich vertan ich will jetzt n ja mitten im leben also jetzt dann nicht mehr jetzt würde ich ja gerne ein flugzeug nehmen aber das bringt einfach auch nichts gegen die ich kann es gerne mal demonstrieren oh da ist die spitfire ich würde gerne hinter ihr spawnen ja immerhin und tschüss den ganzen panzer weg nicht weg sag nicht also wenn einer noch einen gunner brennt wie er gerade dann fahrt er nicht weg das geht nicht die repariert sich oh jetzt krieg ich auch noch einen strömung auf das fliegt sie da oben noch durch ihre reparationzone das ist nicht viel die waren denn dabei ah ich war der einzige gerade nach oben ich weiß das sieht super aus aber da sind ohne zu übertreiben zwölf man verdurft ja ok da reicht es nicht ja 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 nicht irgendwas reparieren da ist da ist während der russer die komplette rote armee was da packen und dessen dessen kanonenturm die schützturm kann halt auch einmal komplett rumrücken wow jetzt ist wenigstens einer rausgesprungen das war auch schon das war auch schon wo den sanner den sanner ja sie schnaden seht ja los was ist er jetzt dreht halt viel schneller als ich pum bringt nichts also deutsche flieger total total falsch da können wir mal schnell in deckung gehen hier hab ich nicht wenigstens noch ja 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 das war eigentlich viel jetzt genau über mir will ich da jetzt hoch ach der tank da sieht man den Schatten sogar das ist ja cool passte gerade ich wollte mit der Panzerfaust das Haus wegschießen klicke und in dem Moment explodiere ich dachte ich hab mich selbst getötet aber da kam die Panzergranate jetzt muss ich mal gerade horchen jetzt muss ich mal gerade horchen wo seid ihr? schon bei Charlie am sterben iiii ah ist genau da unten rum so ne scheiße hätte ich ihn einfach kommen lassen hätte ich ihn einfach kommen lassen ja komm hier da holt mich sowieso keiner ja das habe ich eben auch schon festgestellt also irgendwie mein Gefühl ist ich weiß nicht was ihr sagt die time to kill ist kürzer als im Batfeed 1 deshalb darf man nicht immer so rum also ich hab für mich gemerkt ich darf nicht immer so rum sprinten ja man muss langsam ausgehen ja warte ich nochmal dir raus warte ich nochmal dir raus oh hier krieg ich auch noch nice warte ich hab ihn auf 86 runter lebt noch der Panzer hat dich zähl kannst du mich holen? ich lebe oben ja entschuldig ja ja gib doch mal hier hallo gib doch mal hier ich sterbe fang 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 kann ach ne so ärgerlich da guckt einen der blöde Sani an und man sagt noch ich hätte gerne was gibt ja nichts das ist ja das ist ja no eye ja ich weiß nicht warum der so heißt ja verdammt du das hier jawoll er hat mich sogar geholt okay schon viel besser ja schon viel besser jetzt aber erstmal wieder nun holen herrgott ich bin du hast mich gerade erst wiederbelebt bis wohin rankt man auf ohne medic äh 50 ah alter oh jetzt mach ich mal mach ich mal ruhig aber ich glaub man ich glaub man rankt bis zu dem schadenswert den man hatte bevor man dann nen hit bekommen hat von dem man sich erholt spawnt mal gerne bei mir ja ja ich war in 10 Sekunden zu schleifen sehr schön oh da hinten hinten ist eine Sani ahah ah mein aiming ist mir total im Arsch da kann man nix machen kann man nix machen aber der rennt doch noch ist er noch ach ne das ist eine grüne Leiche die da noch liegt äh Kodit hat mittlerweile auch genug ähm Squad Points für nen Sturmtiger das weiß er blöderweise nicht ich hole Moon und komm nach wenn ich vergesse mal ein Befehl vielleicht wird er dann die Maute ne das hab ich schon das geht nicht das ist nicht drin das versteh ich halt immer nicht mehr warum die sowas was ja schon funktioniert dann nicht gleich standardmäßig copy and paste äh ins nächste Spiel mit rüber nehmen so ich komm zu Charlie gelaufen bin vernichtet worden da ist da ein Panzer ist da ein Panzer einen hab ich seh schon das kommt mir sehr entgegen denn ich bin Assault ja ich auch äh unten in Richtung Foxtrot laufen welche in Richtung Wasser also da ist ja der Panzer ist er oben oder oben er steht bei Charlie in der Einfahrt der steht da steht hier auf ihn auf ihn ich bin jetzt auch bei C noch ins Haus geschossen völlig zerstört worden WTF was war das denn ist will den da hinten noch mitnehmen da ist äh was kommt der da einfach raus und trifft mich ich glaube hier rum boah was der Kugelhage hä hä ich bin doch die ganze Zeit auf ihm drauf ach von da hinten noch einer naja immerhin das war grad cool fand ich ich nehm mal die das normale Jagdclub sein so so oder ich nehm die Stuka ne nimm du nimm du äh wo Charlie ist wahrscheinlich gleich wieder unser das war der Mafuyu der mir da vor Kimmonkorn gelaufen ist sehr gut der hat's verdient Grüße gehen raus im Format 7.6 irgendwas ja ihr seht's aus so ein bisschen an den an den KDs und stürzt halt doch auch mal aber nicht so oft wie den BF1 ich finde echt ich sterb hier viel öfter oh jetzt schon wieder vielleicht bin ich auch einfach noch nicht so drin was Möven und Aiming angeht aber mein Aiming ist ja sowieso nicht meine große Qualität so Medic Medic Schöner Luftkampf grad gewesen ich hab ein schönster Sieg Sanitäter jetzt muss ich wieder so lange warten bis ich dem Sanitäter sagen kann dass ich ihn verbrauche blöd der ist auch gar nicht mehr da Scheiße na dann dann kann ich mich ja entspannt zurücklehnen Rump hm 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 bisschen snippern ja der Support ist noch so ein bisschen der macht zwar superviele Punkte mit Munition ausgeben aber Minen legen kann er jetzt hier nur ist nicht so ertragreich boah ist aber das so ein geiles Ding Geräusch ich schütze mich nicht gut Ringelblitz wird anpasst gerade in dem Haus gespielt ey wo ah hier oben da sind jetzt aber schon Medics gerade ging ein ganzer Support zwei umgekillt einen auf der Treppe runtergesprungen wir verletzten versucht den rückzuschießen aber Mission nicht erfolgreich jo direkt wieder tot weiss nicht mal von was ah Alter ich kann den nicht abschneiden das ist so schwierig ah das ist Müsk okay ich muss nur anschießen rein was jetzt schieße ich in das scheiß Geländer rein Leute wir haben jetzt die Hoheit geflangt das ist guck mal das ist ja wieder mit Ticketfliege das ist ja jetzt immer besser als es vorher war Gibt's denn das wie ich dauernd an dem Typen vorbeischieße was wo schieße ich denn da immer rein das ist ja endlich mal aber hatten wir nicht die ganze Zeit äh irgendwo halt nein ne ne eben hatten die drei Flaggen als wir die ganze Zeit C angegriffen haben ich kann überhaupt nichts treffen gerade ich kann überhaupt nichts treffen gerade komm doch mal raus jetzt ist dann auch egal ich finde auch die die Downtimes also relativ lang ne mit dem hinfallen und dann äh umgucken hoffen dass noch irgendwer kommt warte ich komm doch was bitte helft mir was ja 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 das mag natürlich sein aber ich finde es irgendwie fühlt sich einfach unangenehm an ok so meinst du dann ja also die das das Warten ist unangenehmer das hätte ich gerne eine andere Waffe ne aber die Time2Kill ist manchmal unter 2 Atto Sekunden gefühlt ich hab dann auch ein Amisaber ich glaub ich steckt auch ein bisschen da waren was weil wir auf dem Amisaber sind ja dass ich da den Schaden wieder sammeln weißt du ja 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 deshalb treffe ich auch nix weil äh wir tatsächlich auf dem Amisaber spielen daran wird's vielleicht nicht liegen doch jetzt doch einfach doch doch ich bin ja mal Munition holen nein das ist nicht der Ernst meine Panzerfaust hätte den Flieger abgeschossen aber sie wurde von der Stromleitung aufgehalten ja ja im Moment also das mit dem es gibt zwar einen Server Browser den muss man aber auch erst suchen und äh und da schwebt ein MG und ähm ja und dann dann im Moment sind alle deutschen oder europäischen Server voll das heißt wir konnten nur auf einem amerikanischen zusammen spielen deshalb sind die Pings auch eher scheiße hm hat das einer von euch gemacht dieses Geräusch? ne das war hier irgendwie der Funk also ich glaub weil die letzten 100 Tickets angebrochen sind wir haben irgendeine Funkmeldung hier kam es wirkte gerade so als würde einer lange ausatmen ich hab jetzt mal den Sturmgegang gefordert ja du bist ja gerade der Sniper vielleicht dann bist du bereit ach das kann sein aber ich hab eigentlich eigentlich nichts gemacht eigentlich nur geguckt Herr Wert rennt bei D rum ja Luftangriff ist ja unterwegs ja unten der ist gerade in die Brücke rein ja ich hab ja ich da so ich lieg da auch einfach alles reinwerfen da ist auch einer ich opfer mich hallo Soldat ich seh ihn nicht unten bei den bei den Bahnwaggons da zucken nur so ein paar Waffen rum bei Charlie scheint einer zu sein so Sturmtiger on the rise haste? jo ja nice oh was? ach du kacke ist das ein Rohr ja ist durch alles ja ja wo seid ihr denn gerade? Charlie immer noch? in der Luft äh in Charlie? oh da bräuchte ich's noch 3 bis 4 wenn ich da bin was ist los? ich hab den Bauverdüchter so hier kommt's er geht kaputt nur bei den Inhaltsweg ja das hab ich auch schon gemerkt oh ich glaub da ist gerade Delta explodiert was? warum krieg ich jetzt Schaden? in der Sonne? oder was? oh jetzt kannst du halt nicht zur Feuerschaft schicken von unsichtbarem Plan ah ja ok äh im deutschen Spawnbereich gibt's auch also in der Luft eine unsichtbare Mauer das ist auch gut äh äh explodiert man immer einfach wenn man da durchfällt und durchfliegt so gibt's irgendwo ein gutes Ziel was ist das denn? ja bo schmucker kann ja komischerweise auch bei den Gegnern durch die Nachladezone fliegen aber so kurz vor Schluss war ich mir das Nachladen ich bräuchte ein Ziel ja die Stuka ist halt ganz gut gegen Wohnziele denn die macht so ein bisschen Splash Damage aber ist wirklich gegen gegen andere Flugzeuge braucht man das gar nicht versuchen wo seid ihr gerade? ich bin in der Luft und suche Gegner ah da ist ein B by F jawoll mit dem mit der Stuka Panzer gepanzert oh jetzt krieg ich aber gleich die Spitfire ab den nehm ich noch mit oh Flak jo ich sehs mal ei 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 ich sammel dich ein ne ach die wollte ich doch noch mitnehmen sehr schön 187 das war also eine Runde Conquest ist alles noch so ein bisschen clunky warum sind wir nicht Bestesquad? wie konnte das passieren? ja und sogar no eye no eye der blinde der blinde ja kein Wunder 16 Punkte vor Pato das ist alles was zählt sehr sehr gut wo findet man das raus? auf Tab die Tasten funktionieren auch noch nicht ah jetzt da ja gut kann ich auch mit leben wo ist der Mafuyu da ist der Currywurst ja alles richtig gemacht sehr gut also vielen Dank fürs zuschauen wir sehen uns im nächsten Video bis dann ciao